Es ist mal wieder Deko-Time, beziehungsweise Dekorationszeit. Ja, wer mag das nicht? Mau, 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 Frau, Mann. Dekoration geht doch immer. Amazon war da und hat mir hier was Schönes gebracht. Ja, und wenn du dir gerne Produkttests anschaust, dann sei so lieb, mach das Plus weg und wir sehen uns auf jeden Fall immer wieder. So, und jetzt will ich gar nicht lang quatschen. Lass uns das hier mal auspacken und dann werden wir mal sehen, was da drinnen ist. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, du auch. Und wir werden es testen. Und hier ist das gute Stück. Ja, jetzt guck mal. Erstmal war hier diese Karte drinnen. So, eine Dankeskarte. Was haben wir hier? Ein Fropfen, beziehungsweise, nee, kein Fropfen. Wobei, doch irgendwie ein Stück vom Fropfen oder, wie heißt das bei Flaschen, der Stöpsel. Auf jeden Fall scheint hier eine Lampe mit dabei zu sein. Guck mal, hier ist eine LED-Lampe und ich habe eine Flasche. Und damit ist das auch kein Fropfen, sondern ein Korken, ein Flaschenkorken. So, und jetzt packe ich das hier mal aus. Auch hier haben wir ein Liebesaufkleber drauf. Also, ich weiß nicht, wie andere das immer so schön machen. Ach nee, also mit einer Hand auspacken, das macht einfach keinen Spaß. Ich erspare euch jetzt mal das Auspacken. Ich habe es schon getan. Guck mal, eine Flasche. Und hier ist der Korken auch schon drauf. Das heißt, hier kannst du sehen, ist das Licht schon drinnen. Und das Schöne ist, ich muss die Flasche auch nicht so entstellen. Nein, ich kann tatsächlich die Folie abmachen, so dass ich entweder einen eigenen Schriftzug drauf plottern kann oder kleben oder was auch immer. Oder ich lasse es einfach komplett weg. Also drei Möglichkeiten. Ja, das ist doch schön. Das finde ich super. Das Klebchen ist runter. Ich habe es mal abgezogen. Ging relativ leicht. Ein bisschen Rückstände muss man wegmachen. Und dann sieht das so aus. Und jetzt sag doch mal ehrlich, das auf dem Tisch stehen, ohne was drauf, sieht doch richtig schick aus. Und wenn du davon meinetwegen zwei oder drei hast, die schön verteilt, draußen auf der Terrasse oder in deinem Wohnzimmer, das ist doch der absolute Hingucker. Und jetzt pass mal auf. Kleinen Moment. Zack. Da ist es. Sieht das nicht schön aus? Das ist doch mal herrlich, oder? Ich feiere das total. Ich finde das mega einfach, einfach großartig. An der Stelle Daumen hoch. Hier gibt es eine klare Kaufempfehlung. Wunderschön. Und sollte mal das LED-Band kaputt sein, ist nicht so schlimm. Guckt ihr das an. Hier haben wir nochmal unseren Korken von vorhin. Da ist ein Ersatz tatsächlich drinnen. Warte mal, ich schalte mal an. Leuchtet nicht. Ach, guck mal, da ist ein Batterieschnippel mit dabei. Und dann geht das auch an. Also das finde ich auch großartig. Sieht man auch nicht alle Tage. Auch hier ist Ersatz. Wunderbar. Daumen hoch. Perfekt. Und wenn dich dieses schöne Deko-Glas mit dem Licht drin so richtig angefixt hat und du das auch haben möchtest, dann geh mal oben in mein Profil meine Bio rein und siehst du alle meine getesteten Produkte und auch dieses schöne Glas bzw. Flasche. Also, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.